Ja, bitte ruf mich gleich zurück. 00221, wenn ich diese Ziffern wähle, spüre ich, wie die France Telekom mir gnadenlos das Messer an den Hals setzt. Frankreich, Senegal, eine teure Einheit für Kinder von Bauern, die hier studieren dürfen. Für Haushaltshilfen, die sich im Supermarkt einkleiden, für Wachleute, die ihre Muskeln mit Nudeln nähern, für Touristen, die auf der Ladefläche eines LKW einreisen, für Aushilfsgärtner, die Rosen für Madame Dupont schneiden und ihrer schwangeren Frau keine schenken können. Ich finde diese Gebühren so unanständig wie Prügel für einen Todkranken. Als Leopold Saint-Gorch die Gemeinschaft der französischsprachigen Länder erfand, hat er nicht bedacht, dass sie fast alle arm sind und vergessen, diesen Preiswucher einen Riegel vorzuschieben. Nur plötzliche Heim wie Anfälle und dringliche Bitten meiner besorgten Mutter oder meines ungeduldigen Bruders können mich dazu bewegen, 00221.